Das BRICS-Staatenbündnis wird immer mächtiger und die BRICS-Staaten haben den Westen bereits jetzt wirtschaftlich gesehen überholt. Ab 1. Januar 2024 kommen sechs weitere einflussreiche Staaten zum BRICS-Staatenbündnis hinzu, sodass es dann BRICS Plus heißt. Die BRICS-Staaten werden oft als der Retter und die neue Hoheit der Welt angesehen. Doch ob es wirklich so ist und welche Absichten die BRICS-Staaten wirklich verfolgen und welche Absichten der Westen verfolgt und dass es hierbei um die größte Ablenkung der Menschheit und aller Zeiten geht, das möchte ich im heutigen Video verraten. Mein Name ist Dominik Hettner. Wir schauen heute einmal hinter die Kulissen und eines kann ich jetzt schon versprechen, es betrifft jeden, auch jeden, der dieses Video schaut. Das BRICS-Staatenbündnis hat sich strategisch gesehen in eine sehr mächtige Position begeben, denn in Johannesburg am BRICS-Treffen, am BRICS-Summit, dem BRICS-Gipfel-Treffen, haben sich die aktuellen Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika dazu entschieden, sechs weitere Länder der 40 Anwärter aufzunehmen, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien, Argentinien, aber auch Saudi-Arabien und der Iran, ehemalige Erzfeinde, die erst durch China, also Xi Jinping, wieder an den Tisch kamen. All diese Staaten werden sich nun dem bestehenden BRICS-Staatenbündnis anschließen und damit wirtschaftlich gesehen weltweit das wichtigste finanzielle und wirtschaftliche Bündnis sein. Dass diese Entscheidung strategisch ein genialer Schachzug war und viele abgelenkt waren von einer großen Sache der goldgedeckten Währung, aber in Wirklichkeit die Zulassung bzw. die Aufnahme der sechs Staaten ab 1. Januar 2024 beschlossen wurde, hat die Welt dann doch stark irritiert. Wenn wir uns diese Karte einmal anschauen, dann sehen wir, dass dort speziell bei diesen sechs Staaten Öl, Gas und Lithium eine wichtige Rolle in Form der Rohstoffe spielt und wer genau diese Rohstoffe kontrolliert, der kontrolliert logischerweise auch die Weltwirtschaft, denn keine Elektromobilität, keinerlei Transport, keinerlei Produktion und vor allem auch keine Energieversorgung ohne Öl und Gas bzw. Lithium. Dass der Westen also auf dem sinkenden Schiff sitzt und die BRICS-Staaten flussauf fahren und zwar ordentlich schnell, hat begonnen mit einem wichtigen Ereignis, das wir wahrscheinlich schon vergessen haben und zwar mit den Russland-Sanktionen. Die russischen Sanktionen haben dafür gesorgt, dass speziell die Emerging Markets und die BRICS-Staaten enorme Sorge hatten, denn die russischen Währungsreserven wurden eingefroren und bis heute auch nicht wieder freigegeben. Bei Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs hat also der Westen entschieden, Gelder einzufrieren und genau das hat einen Symbolcharakter gehabt für die BRICS-Staaten, dass man den USA und dem Westen nicht mehr vertraut, sich einer Dedollarisierungsinitiative anschließt und die USA in den Untergang treiben möchte. Was man dafür tut und warum es eine riesige Ablenkung ist, die vor unseren Augen abläuft, dazu kommen wir gleich. Übrigens ist Deutschland das größte weltweite Industrieland, das sich derzeit in einer Rezession befindet. Auch das haben viele nicht auf dem Schirn. Den Schaden haben wir also schlussendlich selbst. Wie wir also der nächsten Grafik entnehmen können, sind wir in der IWF-Konjunkturprognose Schlusslicht. Deutschland mit 0,5% schrumpfendem Wirtschaftswachstum oder anders gesagt einer rückläufigen Wirtschaft zeigt, wie fatal die Konsequenzen sind, Russland zu sanktionieren, unseren einst wichtigsten Energielieferanten und genau hier sehen wir die Profiteure schon jetzt vor unseren Augen, nämlich die Vereinigten Staaten, die nun unser größter Gaslieferant sind, wo wir unser Gas teuer einkaufen und damit unsere Industrie bzw. unsere produzierenden Betriebe in Deutschland auf die Kippe stellen und viele schon in den Abgrund getrieben haben. Während Russlands Wirtschaft also wächst und unsere Wirtschaft die einzige schrumpfende Wirtschaft ist, ergeben sich Chancen, die die meisten Menschen derzeit nicht sind, weil sie in der Angststarre fahren. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen am 13.09. in der nächsten Kettner Gold Night Tacheles sprechen. Es gibt einige spannende Neuigkeiten und Informationen, die ich hier leider nicht teilen kann. Ich möchte Sie deswegen dazu einladen, sich unter dem Video einen der letzten limitierten Plätze zu sichern. Ich kann Ihnen jetzt schon garantieren, es wird ein unvergesslicher Abend. Spannende Highlights, Investmentchancen, spannende News, die wir in den sozialen Medien so nicht aussprechen können. Deswegen lohnt es sich dabei zu sein. Sichern Sie sich gerne Ihren Platz. Ich kann Ihnen auch einen spoilern, wir werden dort Gold verschenken. Seien Sie also unbedingt dabei. Schauen wir uns nun einmal an, um welches große Narrativ und welche große Ablenkung es sich eigentlich handelt und wovon ich überhaupt spreche. Denn wenn der Westen, den Osten oder anders gesagt die BRICS-Staaten als Feind gesehen werden von den G7-Staaten, dann sollten wir uns einmal genauer anschauen, wer eigentlich in diesem Spiel der Böse ist. Und erstaunlich ist mir hierbei sehr schnell klar, denn in den Medien werden die BRICS-Staaten für uns als die große Opposition, der Feind und der Gegner dargestellt. Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad auch richtig, dass die BRICS-Staaten ihre Macht gegenüber dem US-Dollar ein Stück weit ausbauen möchten, weil die ganze Welt in den letzten Jahrzehnten unter der US-Dollar-Hegemonie gelitten hat und viele Staaten eben nicht die Chance hatten aufzusteigen. Da nun aber das erste Mal ein kleines Zeitfenster entsteht, in dem genau das möglich ist und war, haben sich die BRICS-Staaten zusammengetan nach den Sanktionen, um genau diese Chance auszunutzen. Und wir sehen aber daran, dass die BRICS-Staaten definitiv nicht der Retter sein werden und zwar aus folgenden Gründen. Denn die Wahrheit ist in Wirklichkeit, dass die Wahl zwischen Pest oder Cholera hier zu fällen ist. Denn beide haben Absichten, die in meiner Meinung nach dystopisch sind und einer großen Agenda folgen. Eine Agenda, über die ich übrigens auch am Mittwoch mit Ernst Wolf ausführlich vier Stunden lang gesprochen habe. Dazu gleich noch mehr. Denn in Wahrheit wollen die BRICS-Staaten genauso wie die G7-Staaten eine große und wichtige Agenda verfolgen. Und zwar die Agenda 2030, in der es vor allem darum geht, immer mehr Einflussnahme, Macht und Kontrolle über die Menschheit und das Geldsystem auszuüben. Denn genau diese Einflussnahme sorgt am Ende dafür, dass immer mehr Daten der Menschen genutzt werden können, um diese zu monetarisieren. Daten, das neue Gold, das ist ein Satz, der wird jetzt zur Realität und wird erst dann so richtig möglich durch die digitalen Zentralbankwährungen. Russland prescht als erstes Land voran und am 1. August 2023, richtig gehört bereits, die erste digitale Zentralbankwährung eines großen Landes eingeführt nach China. Und die CBDC Russlands wird ab 2025 dann vollumfänglich eingeführt. Wir sehen also, das Ziel beider Parteien sind die Einführung von digitalem Zentralbankgeld, sogenannten CBDCs, und damit die Kontrolle und die Einflussnahme über die Finanzen jedes einzelnen Bürgers, der sich in diesem System befindet. Ob also die BRICS-Staaten oder eher die G7-Staaten der Böse im Spiel sind, das wird die Zeit zeigen. Am Ende sehen wir, dass die Verknüpfungen eines Sozialkreditsystems, gekoppelt an die CBDCs, genau das sind, welche Konsequenzen Sie in diesem Video sehen können. Das große übergeordnete Ziel ist also die Einführung des digitalen Zentralbankgelds, der CBDCs, eines Systems, das uns allen in die Orwellschen Albträume verführt. Auch Russland hat, wie bereits erwähnt, seine CBDC eingeführt. Brasilien testet gerade in seiner Pilotphase die totalitären Funktionen der CBDCs. Und Äthiopien hat es zur Pflicht gemacht, eine digitale ID zu besitzen, um überhaupt ein Bankkonto zu bekommen. Die Perfektion des Ganzen ist also die Koppelung eines digitalen Ausweises mit dem digitalen Zentralbankgeld, um dann das Social Scoring System einzuführen und uns zu sanktionieren, wo wir es uns heute noch nicht vorstellen können. Ob wir bald also kein Fleisch mehr essen dürfen, ob wir bald nicht mehr weit reißen dürfen wegen unserem CO2-Abdruck, oder ob wir bald einfach kein Bargeld mehr nutzen können, weil all das miteinander verknüpft ist und man uns immer noch glaubhaft machen möchte, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird, bleibt offen. Eines ist allerdings deutlich, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und alle weiteren gehören zum sogenannten Arab Monetary Fonds. Dieser und Indien sind Mitglied der sogenannten Better-than-Cash-Alliance. Die Better-than-Cash-Alliance ist genau diese Agenda, die das Bargeld abschaffen möchte und die dafür sorgt, dass wir digitales Zentralbankgeld und offline verfügbares digitales Zentralbankgeld in Zukunft als unser neues Bargeld ansehen. Doch genau hier übersehen die meisten Menschen die Gefahr, denn offline verfügbares Digitalgeld hat nichts mit geprägter Freiheit, mit Bargeld zu tun, in der eben nicht nachvollziehbar ist, wo sie einkaufen, was sie konsumieren und was sie mit ihrem Geld machen, wann sie es machen und mit wem sie es machen. Es liegt also auf der Hand, dass die Ablenkung darin liegt, dass wir denken sollen, es gibt einen Guten oder einen Schlechten, wie in der Pandemie, wie im Krieg oder auch wie beim Klima. Es gibt keine Mitte mehr, sondern es gibt Böse und es gibt Gut. Aber wenn beide Seiten böse sind, dann ist das Problem die Frage, wo die Lösung steckt. Und genau über diese Lösung habe ich am Mittwoch mit Ernst Wolf ausführlich gesprochen, denn die Lösung liegt auf der Hand. Die Lösung sind das, was die Zentralbanken selbst besitzen und zwar nicht das, was sie drucken, sondern das, was sie kaufen. Die Zentralbanken drucken immer mehr wertloser werdendes Geld und kaufen zeitgleich immer mehr physisches Gold. Im letzten Jahr übrigens ein 55-Jahres-Hoch bei den Zentralbanken weltweit gesehen in der Goldnachfrage. Und Gold wird also eine wichtige Rolle dabei spielen, denn die Brickstaaten haben angekündigt in Johannesburg, dass ihre Finanzminister sich auch weiter mit einer goldgedeckten Handelswährung für dieses Bündnis beschäftigen sollen und beim nächsten Summit darüber gesprochen wird, ob man womöglich eine goldgedeckte Währung einführt. Genau das ist also eine gigantische Chance, unabhängig davon, ob diese Währung kommt oder nicht. Wir sehen, dass Gold der einzige echte Wertspeicher seit 6000 Jahren ist, denn jede Währung verliert ihren Wert, wenn immer mehr davon gedruckt wird. Die Produkte aus unserem Webinar, die passenden Angebotspakete, diese habe ich für Sie hier nochmal zusammengestellt. Schauen Sie gerne in diesem Video vorbei. Dort erkläre ich, warum die Produkte Sinn machen. Und hier sehen Sie nochmal die Aufzeichnung unseres gemeinsamen Webinars. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr Dominik Hettner